Hi, Moin! Ich heute mal mit Hornbrille. Na ja, gut. War gestern ein bisschen später geworden. Mal gucken, wie setze ich mich denn heute mal hin? Ach, der Ofen. Na ja, der Ofen ist noch nicht an, aber ich setze mich trotzdem mal hier so ein bisschen hinhocken. Moment. So ist besser, ne? Ja, wir haben ja gestern Blabla-Aufnahme gemacht und das hat mir wieder richtig gut gefallen. Also das ist wirklich top. Mit dem Jan, da komme ich so ins Quatschen. Da geht es über Sport und ein bisschen Technik-Kram und so. Und ne, super. War toll. Zum Schluss kam der Girard noch dazu. Da haben wir noch ein bisschen über seine Woche geplaudert und so. Ja, der hat ja auch immer was erlebt, ne? Das ist Wahnsinn. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich war ein bisschen, ja, was heißt, spät dran, aber ich hatte halt, na ja, so aus dem Kopf raus erzählt. Ich hatte nichts eingetragen vorher. Normalerweise machen wir das so, dass wir vorher ein bisschen was ins Dokument eintragen. Habe ich nicht gemacht. Einfach so aus dem Kopf raus und ja, war auch okay, ne? Hat geklappt. Dann ganz zum Ende, also wie wir schon aufgehört hatten mit der Aufnahme, kam unser Geburtstagskind noch, der Kai. Und ja, haben uns noch ein bisschen über Mastodon unterhalten. Das ist ja im Moment so das Thema, ne? Also ich weiß nicht, was ich von halten soll. Also das ist so, so extrem im Moment. Man weiß gar nicht, wird das jetzt nur so gehypt oder bleibt es wirklich so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, was ist das denn? Achso, ja, ich habe hier noch einen Tisch. Hey, vielleicht will einer von euch einen Tisch haben. Wohnzimmertisch. Warte mal kurz umdrehen. Da. Wenn ihr wollt, könnt ihr einen Wohnzimmertisch geschenkt haben. Der ist so eigentlich noch ganz schön. Kann man mal so ein bisschen fertig machen noch? Oh, meine Schmudelecke hier. Das heißt, es geht eigentlich, ne? Unser Ofen. Aber, ne, der ist noch echt gut, ne? Da ist nichts dran. Müsstet ihr bloß mal vielleicht einmal abschleiben, vielleicht neu ölen. Aber dann, wer möchte, kann sich den abholen. Also wirklich, zu verschenken. Kein Witz. Überlegt euch das. Wer hier in der Nähe wohnt oder was, oder sowas gebrauchen kann. Denn, äh, wir haben da jetzt einen anderen. Und, ja, genau. Könnt ihr haben. Ähm, nur lange stehen lassen wollen wir hier nicht mehr. Sonst säge ich ihn klein und dann, äh, ja. Ne? Wird jetzt sehr kalt. Da brauchen wir ja wieder viel Wärme. Und, äh, da kann er uns noch was Gutes tun. Könnt ihr euch ja überlegen. Ja, so. Planet Kai. Genau. Kam der noch. Dann haben wir gestern Abend, ich weiß nicht, es war bestimmt zwölf Uhr. Ich hab, äh, den ganzen Abend über, eigentlich bestimmt wieder vier Bier getrunken und so. Und dann heute Morgen, ja, dann ist man so ein bisschen müde noch. Und, ja, ich lass es mal ruhig angehen heute Morgen. Ich hab keine Termine. Ich geh jetzt gleich ins Büro. Werd mal gucken, was ich dann noch so ein bisschen regeln kann und regeln muss. Gucke einmal durch. Ähm, ja. Und wenn ich damit fertig bin, wollte ich mich heute mal ein bisschen um die Musik kümmern für den Film. Ähm, ich will mal schauen. Da würde ich euch dann morgen von erzählen, was ich da so gemacht habe. Vielleicht habe ich ja schon irgendwie eine Melodie dann oder so. Mal gucken. Ja, und dann, ähm, geht's oben. Das Badezimmer, ne? Das war ja diese Woche noch geplant. Da wollte ich bei anfangen oder viel mehr weitermachen. Mal schauen. Vielleicht da noch ein bisschen bei nachher, später. Und, ja, so bringen wir den Tag schon um, ne? Macht ihr das mal auch. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Genau, Mittwoch haben wir. Und, äh, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, euer Bob.